Ja, sind Sie auch mal ein bisschen nervös manchmal? Haben Sie auch so nervöse Finger? Da haben wir heute was ganz, ganz Tolles für Sie, um sich abzulenken, um die Nervosität ein bisschen abzulenken. Damit kann man dann so ein bisschen in den Fingern rumspielen und dann wird man wieder ganz, ganz ruhig. Unser Anti-Stress-Würfel. Ich bin überhaupt nicht nervös. Nein, liebe Zuschauer, ich freue mich einfach nur, dass Sie mit dabei sind, denn Sie kennen diese Situation. Man ist nervös, man ist aufgeregt und viele spielen dann immer so mit dem Kugelschreiber rum. Das ist viel besser, denn das ist ein Anti-Stress-Würfel und Sie sehen, der hat sechs verschiedene Seiten und die haben alle eine Funktion, wie zum Beispiel hier ein Joystick. Ja, der ist zum Beispiel, wenn Sie Hektik abbauen möchten oder so ein Ausknipser, um einfach mal den Stress abzuschalten. Dann haben wir noch hier diese fünf kleinen Punkte, die kann ich dann einfach mal drücken. Gerade gesehen den Daumenschmeichler, der hat eine ganz glatte Oberfläche und die ist wirklich gegen Nervosität. Hier sehen wir jetzt gerade den Joystick, also um eben die Hektik abzubauen. Dann haben wir noch einen Dreher, da rollt man dann einfach mit den Daumen drüber. Das ist so eine kleine Drehscheibe und die wirkt ganz beruhigend. Das sehen wir hier schön. Und dann kennt man das natürlich auch, wenn man so ein bisschen nervös ist, egal welche Situationen man hat oder vielleicht auch so ein bisschen aufgeregt ist, weil dann irgendwie die Kollegen aufgeregt haben. Dann hat man immer gerne was in der Hand, mit dem man rumspielt. Das kennt jeder, möchte ich fast behaupten. Und da ist es doch schön, wenn ich direkt am Arbeitsplatz so einen kleinen Würfel habe. Der passt wirklich in jede Tasche, den kann ich immer dabei haben. Und egal, ob Sie hektisch sind oder nervös oder einfach nur Stress haben, da suchen Sie sich Ihre passende Seite aus und spielen dann einfach hier so ein bisschen mit darum. Also das ist schon schön, auch wenn man jemanden vielleicht in der Verwandtschaft kennt, der ständig unter Strom ist, dann ist das natürlich perfekt. Vor allen Dingen für diesen kleinen Preis, da sollte man unbedingt zuschlagen. Ja, vor allem auch, wenn man versucht, sich vielleicht irgendwas abzugewöhnen, so mit dem Rauchen aufhören oder wenn man dann ständig isst zum Beispiel. Kennen Sie auch. Wenn man da versucht, sich irgendwas anderes abzugewöhnen, nehmen Sie sowas in die Hand. Das lenkt Sie ab. Das ist ganz, ganz clever für 4,66 Euro. Gleich bestellen. Also ich habe das auch lieben gelernt. PX2288569 ist da Ihre Bestellnummer. Und dann haben Sie was in der Hand, also gerade für zwischendurch, bevor Sie da nervös werden, lieber hier mit dem Würfelchen spielen.